Die GEMA Anlagentechnik GmbH & Co. KG ist Ihr Spezialist für Schüttguttechnik. Wir übernehmen für unsere Kunden die Planung und Umsetzung von Schüttgutanlagen, Sieler und pneumatischen Fördersystemen, Staubfiltern, Maltechnologie und Rohrleitungen jeglicher Größe. Zudem gehören die Montage und Inbetriebnahme sowie die Lieferung von Ersatzteilen zu unserem Komplett-Service. Überzeugen Sie sich selbst von unseren Leistungen und kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Webseite. Untertitelung des ZDF für funk, 2017